BAM-BAM, 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 BAM-BAM-BAM Ey, ich hobe es mir nicht! Ja... Weißt du noch? Weißt du noch? Klar weißt du es noch. In deinem letzten Vortrag... hast du doch von... Oh, darf ich gerade, du hast hier... ein Haar klebt hier... Das geht nicht. Hans- hilarious, habe ich in meinem letzten Vortrag... Nein, psst psst in deinem letzten vortrag ich weiß nicht mehr was in deinem letzten vortrag in deinem letzten vortrag hast du doch was habe ich in meinem letzten vortrag erzähl schon es geht nicht ich kann dich nicht angucken es geht einfach nicht in deinem letzten vortrag wie soll das gehen in deinem letzten vortrag ging es ja um das oh ne guck mich doch nicht so an wie soll ich das denn machen du guckst mich wie soll ich denn da in deinem letzten vortrag ging ich guck mich an okay in deinem letzten vortrag ging es doch um das was oh Gott in deinem letzten vortrag in deinem letzten vortrag da ging es ja um das in deinem let Wir schneiden, brauchen ein bisschen Platz. In deinem letzten Vortrag ging es ja um das... Das geht nicht. Ich bin, glaube ich, zu... Ich bin zu erschöpfen. Ich kann nicht mehr. In deinem letzten Vortrag... Guck nicht runter, guck mir in die Augen. Okay. Okay. In deinem letzten Vortrag... Da sind sie... Oh mein Gott, ich kann nicht. In deinem letzten Vortrag... In... In deinem letzten Vortrag... Also um was ging es in meinem letzten Vortrag? Um einen Lachanfall. Ja, den du jetzt hast. Seit 10 Minuten. Ich habe seit 10 Minuten Lachanfall. Oh mein Gott. Wie nennt man das ein Flash? Ja. Ein Lachflash. Oh. In deinem letzten Vortrag ging es ja um das... Oh nein. In... In... Auf, komm her. Komm her! Ja. In deinem letzten Vortrag ging es darum, ja... Das ist gar nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht, Mann. Ich...